Heute siehst du die gruseligsten Roblox-Stories. Wir müssen heute probieren, eine Nacht bei unserer Oma zu überleben. Müssen einen kompletten Film schauen im Horror-Kino. Und probieren, aus dem Fernseher zu und kommen von Amanda, die Abenteuerin. Schau auf jeden Fall bis zum Ende, um das nicht zu verpassen. Los geht's! Endlich spielen wir wieder Roblox mit Kasper! Das geht ab, Freunde! Herzlich willkommen zur heutigen Folge! Wir werden heute anscheinend mit Granny zu tun haben. Mit unserer Großmutter! Heute werden wir endlich wieder hinfahren! Aber es wird nicht der ganz normaler Besuch, Kasper, ne? Wie bitte? Es wird auf jeden Fall kein ganz normaler Besuch, Kasper. Ich glaube, unsere Oma ist ein bisschen dement wahrscheinlich schon. Wie sie auch aussieht, mit kleinen Skilaugen. Das glaube ich nämlich auch, Leute. Lasst uns bei uns beiden ein Like und ein Abo da, wenn ihr mehr von solchen Roblox-Stories sehen wollt. Ich würde sagen, wir gehen da direkt mal ins Taxi rein, sagst du? Wollen wir hier? Da sind noch zwei Plätze frei. Okay, let's go! Und wir sitzen zusammen im Taxi drin. Und jetzt heißt es einfach nur noch, Abfang bis zu Oma! Hallo! Omi! Da sind wir endlich! Sie sagt, sie muss noch schnell ein paar Sachen fertig kochen. Und dann können wir direkt schon reingehen. Aber wieso guckt die denn so grimmig? Die guckt echt voll grimmig. Und guck mal, wir sind alleine hier. Stimmt! Omi! 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 Hallo! Und, äh... Okay, komm, wir gehen mal in die Tür rein. Mal gucken, was Oma so... Ja, ich bin gespannt. Ooooooh! 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 Die Schüssel, äh, die Schüssel hat schon die Schatztruhe anfassen. Ja? Die einfach unaufgeräumt, ey. Es ist echt unaufgeräumt. Oma, also damit habe ich auf jeden Fall nicht gerechnet, dass du... Ey, ich auch nicht. Was soll ich machen? Wir sollen hier auch... Und jetzt? Guck mal, was ich gefunden habe, Kasper. Schau! Sag mal, was ist das? Das ist so eine Schatztruhe oder so, ne? Was ist das? Ja, anscheinend ist da irgendwas drin versteckt oder so. Sieht auf jeden Fall nicht schlecht aus. Ich bin mir nicht ganz so sicher, was es sein soll. Vielleicht ist es ein Geschenk oder so. Warum solltest du es denn irgendwie in so eine Kiste einpacken und nicht einfach irgendwie ganz normal ein Geschenkpapier reinmachen? Stimmt, stimmt, stimmt. Guck mal, was wir hier noch so haben. Guck mal, wir können ja auch einen Kühlschrank aufmachen, ne? Und da ist... Öffisch! ... ein Medikit drin. Hä? Und kriege ich hier auch einen Toaster? Wie sollen wir das denn brauchen? Können wir so einen Toast-Trick mitnehmen? Da haben wir das Toaster mir nicht mitgenommen. Ne, man, du kannst den Toaster runter und hoch machen. Guck mal, wenn ich... Hey! Oh! Oh! Guck mal! Guck mal, ihr könnt was essen! Ja, ich kann... Mmmh! Burger, lecker! Oh, der hat Omi wieder gekocht, muss ich sagen. Oh, Omi hat auf jeden Fall richtig gezaubert. Oh, das schmeckt aber ziemlich, ziemlich gut. Ich möchte neben dir sitzen. Warum sitze ich so weit weg? Ich weiß, ich komme auch nicht... Ja, ich komme auch nicht rüber zu dir irgendwie. Jerry, kannst du uns vielleicht helfen? Wir sind ja... Wir sind ja deine kleinen Cousins. Jerry! Äh, okay. Ich finde es auf jeden Fall gut, dass es uns sehr gut schmeckt, muss ich sagen. Ja? Ich... Ich fühle mich irgendwie... Ich... Ich fühle mich irgendwie nicht mehr so gut. Äh, ich auch nicht. Also, was ist... Denkst du, du bist gegen irgendwas allergisch oder sowas? Also, eigentlich... Eigentlich bin ich... Ja, ich bin ja auf jeden Fall gegen Erdnüsse allergisch. Und irgendwie... Ich bin auch gegen Schokolade allergisch. Hast du irgendwie... So ein Anti-Mittel oder so dafür? Ja, ich muss mal gucken. Es ist, glaube ich, in meinem Rucksack oder so. Okay, dann lassen wir mal schnell den Rucksack finden, okay? Okay, let's go. Jetzt mal ganz schnell finden. Wo soll der denn hier sein? So, komm. Wir finden jetzt deinen Rucksack. Ich weiß nicht... Kaspar! Wo ist... Wo ist dein Rucksack? Ist der rum vielleicht? Der muss hier irgendwo unten sein. Wahrscheinlich im Wäscheraum, oder? Ja, ich hab ihn! Ich hab ihn, ich hab ihn. Ich brauch Medizin! Ja, ja, ich hab ihn gefunden. Danke, dass du ihn gefunden hast. Oh, super. Kein Problem, kein Problem. Ey, ey. Ey, du bist einfach hinter dem... Beim Hüpfen hast du den einfach hinten verloren. Der ist hinten gesehen. Och, ich bin so ein Dussel. Echt so ein Dussel. Ohne Spaß jetzt. Okay. Ich fühl mich auf jeden Fall jedes Mal so, wenn ich mit Freunden unterwegs bin, dass irgendwas schief geht. Ja, das ist irgendwie immer so. Aber guck mal, sie sagt jetzt, okay, bevor wir die Party jetzt starten, machen wir anscheinend irgendwas ganz cooles. Ich bin mal gespannt, was die Form rettet hat. Und komm, lass uns mal hier dabei helfen, ein bisschen aufzuräumen. Okay, die Küche, die sieht auch ziemlich... Das sieht auch nicht so gut aus. Die sieht einfach nur eklig aus. Hier, erstmal Kühlschrank zu. Wir heizen ja hier, wir kühlen ja nicht für die Umwelt. Jetzt so, hier machen wir den Toaster hoch. So, ey, Toaster. 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 Oh nein, wir müssen schwer alles aufräumen. Oh nein, schnell! Okay, hier. Zack, zack, zack. Wegen, weg damit. Hier, die Teller. Dann hier noch ganz kurze Teller ansorgen. Abwaschen, abwaschen, abwaschen. So, und noch... Alter, wozu? Auch noch die Überloggen? Peng, peng. Oh Gott, hier, die ganzen... Anscheinend will die keine Geburtstagsparty mehr haben? Nee, nee, die mag wohl keine Party. Das ist immer noch alles. Was ist alles? Hier oben, hier oben. Peng. Und noch kaputt machen hier. So, ach so, hier und die Galante weg. Jawohl. Okay, wir haben alles weggeholt. Sehr schön. Guck mal, wir sind doch oberste Lieblingskin da jetzt. Ja, das sind wir sowieso. Okay, dann lass uns doch mal ein bisschen Fernsehen einfach gucken in der Zeit, während Oma sich gerade frisch macht. Und guck dir mal diese alte Glotze an. Was ist denn das für ein Ding? Die ist ja von 1922 oder was soll das sein? Ohne Spaß jetzt, Alter. Die ist ja uralt Oma. So, dann mach ich's mal. Junge. Oder, macht er uns jetzt den Fernseher an? Jerry, machst du den Fernseher an? Ich glaub, er macht uns den an. Und? Oh ja. Und? Ah, was läuft da drin so? Was läuft denn da? Ey, aber wieso ist der Fernseher auf einmal ausgegangen? Ich weiß jetzt auch nicht. Irgendwie war's eben an und ist direkt wieder aus. Okay, komm, 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 komm. Wir sollen hoch, wir sollen hoch, schnell schlafen, schlafen gehen, okay? Während wir kein Fernseher gucken können, dann gehen wir halt einfach schlafen. Was ist hier? Okay. Guck mal, ich kann Gitarren. Und Pum, bisschen mit dem Ballspiel, guck mal hier. Und Körbe werfen. Und Schuxen. Oh, fast. Warte, nee, 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 leider nicht. Bei mir nicht. Warte, bei mir ist du getroffen. So, hier. Warte, lass mich mal. Guck mal. Das zeigt dir, wie es geht. Und? Okay, mach mal, mach mal, mach mal. Oh, nee, nee, leider nicht. Leider nicht, Caspar. Ich will, ich will, ich will. Ja. Okay, du hast hier. So, jetzt aber, jetzt aber. Hier, pass auf. Und? Verdammt. Warte mal, lass uns mal ganz kurz die Nachtlampen mehr anmachen. So, komm. Oh, oder. Nee, lass ihn mal anders. Ich hab Angst. So, zack. Hier. Hier, guck mal, was ist das denn für ein Teil? Das können wir auch drehen, ne? Oh, hab ich ja eben schon gesehen. Oder hier auch wieder die Lampen, das Zylofon. Was kann man denn hier alles machen? Kann man auch spielen, kann ja sogar Xbox spielen. Wir können hier richtig viel machen, oder? Oh, ich werd aber echt langsam müde, muss ich sagen. Okay. Ich mach nochmal schnell den letzten Korbwurf, der geht jetzt auch rein. Und? Oh! Oh, Junge, krank. So kann ich auch wieder schlafen gehen. Okay, Armin, Fettchen, los. Ah! Hast du das gehört? Was ist los? Was ist los? Hast du das gerade gehört? Ich höre irgendeine Fensterscheibe oder so kaputt. Ah! Hast du die Fensterscheibe behalten? Jerry, Jerry, wach auch auf! Jerry! Was passiert denn hier auf einmal? Ist alles okay? Hallo, hallo? Hallo, Oma! Da sind irgendwelche laute Geräusche draußen. Oma! Oma, bist du's? Oh, ich glaub... Er sagt, das ist einfach nur Oma, die zurückkommt als ob. Aber wieso solltet ihr denn die Fenster kaputt machen? Ja, das verstehe ich auch nicht. Also das macht für mich auch keinen Sinn. Aber vielleicht brauchst du ja ein bisschen Hilfe. Wir wollen mal gucken, oder? Ja, dann können wir eigentlich nochmal ganz kurz gucken. So, Oma, wir kommen! So, Oma, wir kommen! Wo bist du, Omi? Omi-Lein? Hier drin? Nee. Warte, ich glaub hier unten. Du kannst doch nicht einfach die Treppe runterspringen, du bist doch verrückt. Und hier! Okay. Hm. Aber... Wo kamen denn die kaputten Fenster her, oder? Denkst du hier... Also die Fenster sind hier aber nicht kaputt, ne? Vielleicht ist Oma ja irgendwie Nachtwandlerin, Schlafwandlerin. Glaubst du? Das könnte natürlich auch sein, ne? Könnte sein. Hier, Fifi ist auch am schlafen. Oh, da kommt Oma! Oh Gott! Wo? Oh Gott! Oh! Oh Gott! Pass auf! Hey! Die Schlafwandelt! Hey, was macht ihr denn da? Oma? Alles okay, Omi? Oma? Oh! Okay, wir dürfen sie nicht aufwecken. Die Schlafwandelt, wir sollen sie nicht aufwecken, okay? Schnell, versteckt dich irgendwo. Wo denn? Hier? Weiß auch nicht warum. Ich weiß auch nicht wohin. Hier bei Fifi irgendwo? Hey, nein! Ich geh hier in das Sofa. Da, ich geh auch in das Sofa. Hä, was ist denn hier? Hier, ich geh auch in das Sofa. Hier, 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 komm her. Hier ist der Entscheid richtig. Okay, okay, okay. Was geht mal Oma ab, Alter? Oma, was ist denn mit dir los? Sie marschiert da auch so rum und so, ne? Also... Oh! Sie ist aufgewacht! Sie jagt uns! Kaspar! Mach schuld, bitte, lass mich hier nicht weg! Lass doch auf! Bitte! In die Küche, in die Küche! Bitte nicht, wir haben doch aufgeräumt! Ah, die kann sogar über... Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Lauf, Kaspar, lauf nach oben! Spray dich ein! Nein, wir können die nicht! In die Küche rum, in die Küche rum! Versteck dich, versteck dich! Hier findet sie mich nicht! Komm her, komm her! Sie kommt zu dir! Nein! Kaspar, sie kommt! Oh, wie ein waldiges Engelchen! Oh, wie! Kaspar, wo bist du? Ausmitiert dir, Dick! Ah, Hilfe! Sie kommt zurück, pass auf! Sie kommt zu mir! Sie kommt zu mir! Jetzt kommt hier bei mir auf mich wieder! Kaspar, auf! Oh! Hey, der kommt jetzt rennt sich wieder weg! Was ist das passiert? Wie so ein Angsthase rennt die weg! Oh mein Gott, ich hatte echt Angst vor ihr! Wo läuft sie hin? Da oben! Hier ist sie in ihr Schlafzimmer hier rein! Erstmal Licht anmachen hier, Oma! Ist so, Alter! Hey! Also, das war schon echt ein bisschen gruselig von Oma! Oh, das war richtig gruselig! Ich dachte, wir sind ganz normal da! Und wir sind willkommen oder sowas! Dachte ich auch! Omi, was ist mit dir? Lass mal doch in den Raum reingehen! Er ist gerade im Raum drin gewesen von Oma! Hä? Echt? Ja! Aber was ist, wenn sie was nochmal macht, Kaspar? Also, ich glaube eigentlich, das macht man nur einmal in der Nacht, oder? Ich bin mir aber nicht ganz so sicher! Ja? Das können wir jetzt am besten dagegen machen! Falls die jetzt vielleicht kommen! Vielleicht sollen wir die Tür abschließen von Oma oder so! Oder irgendwas da vorlegen oder sowas? Ja, vielleicht hat sie ja irgendwelche Holzbretter, die wir da vorlegen können, so! Das wäre echt nicht schlecht, ne? Das wäre eigentlich ziemlich gut! Und ich glaube, die sind unten unten sein! So, okay, dann gehen wir mal Jerry hinterher! Ja, die können unten sein, die Holzbretter! Ich glaube, da sind welche... Jerry, komm, wir folgen dir, okay, Jerry? Jerry, zeig uns, wo die Bretter sind! Wir sind auf deiner Seite! Okay, irgendwo sollen hier die Bretter sein, aber wo? Hier, ich hab eins! Ja? Ich hab sie, ich hab eins! Oder mehr, ich weiß nicht! Da, hier liegt auch noch eins in der Küche! Okay, sehr gut! So! Okay, das war, glaube ich, alles, oder? Wollen wir mal gucken hier? Ja, hier sind auch noch ganz viele, oh mein Gott! Oha, oha, oha! Die können wir ja alle gar nicht mitnehmen! Okay, wo? Erstmal müssen wir die oben ran machen, glaube ich! Oma, du wirst eingesperrt! Oma, du wirst eingesperrt! Eingesperrt! Los, nächsten! So, schnell, wir schnappen uns das nächste Brett! So, hier! Schön, das nächste! So, zack! Zack, ich hab auch noch ein Brett hier! Und ab geht's nach oben! Oma wird eingesperrt! Oma, eingesperrt! Und ja! Und eingesperrt! Ja, was soll sie jetzt machen? Sehr schön, sehr gut! Machen, gar nichts! Also, ich weiß ja nicht, wie es dir so ergeht, Kaspar, aber ich hab ganz schön Angst, muss ich sagen! Wieso hast du, ja, ich mein so eine schlafwandelnde Oma, vielleicht ist es okay, wenn wir irgendwie hier einen Weg rausfinden und einfach nur abhauen können? Ich will irgendwie nicht mehr bei Oma sein jetzt! Ich bin auf jeden Fall auch dabei, nur, nur wie ist halt die Frage, ne? Wieso können wir nicht einfach durch die, durch die normale Haustür raus? Oh, ja, also daran hab ich noch gar nicht gedacht! Oh, ja, okay! Äh, aber Jerry sagt, wir können das nicht! Wieso können wir das nicht? Hä? Also, wieso sollte man da jetzt nicht rauskönnen? Das frage ich mich auch gerade, er meint anscheinend, hat Oma den Alarm anübernommen! Was? Ist doch jetzt nicht ihr Ernst! Was? Okay! Und der kennt wahrscheinlich nicht mal den Code, um ihn auszumachen, ne? Ne! Guck mal, ich schmeiß'n Duncan! Uuaah! Ja! Oh! So knapp! So knapp! So knapp! So knapp! Na, was soll man denn stattdessen machen? Was ist mit dieser schwarzen Box da unten, die so wie so ne Schatztruhe aussieht? Vielleicht ist da irgendwie was drinne? Äh, stimmt! Das kann auch sein, ne? Dann müssen wir erstmal den Schlüssel dafür finden! Und dann können wir gucken, was da drin ist! Aber glaubst du, dass da vielleicht in der Box ein Schlüssel drin ist, der dann unten den Keller aufmachen kann? Das könnte ich mir vorstellen! Oder da in der Box ist auf jeden Fall ein Schlüssel drin, der den Alarm ausmachen kann! Okay, gut! Dann haben wir auf jeden Fall schon mal einen Plan! Jetzt heißt es nur noch, wo... Oh mein Gott! Oh nein, oh nein! Wo finden wir jetzt diesen Schlüssel? Ich hab's auch gehört! Ich werfe sie mit dem Basketball ab oder so! Und ooooh! Ja! Ja, 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 ja! Jawohl! Okay, aber was machen wir jetzt? Oma ist glaube ich wieder aufgewacht und wir haben doch die ganze Tür barrikadiert! Die wird doch locker richtig aggressiv sein! Oh! Oh! Sie schreit, help me! Hilf mir! Hä? Aber wir wollen ihr nicht helfen, Oma! Oh mein Gott, die ist jetzt so sauer! Oh nein, die ist so sauer! Sie hat grad hilf mir geschrieben, ne? Oh mein Gott! Oh mein Gott! Ja, wir können ihr nicht helfen, Oma! Ja, du wirst schon, äh... Alles gut! Alles gut! Alles gut! So sind wir halt einfach sicherer! So sind wir einfach sicherer! Oma, du bist einfach die schlaf... die schlafwandelndste Omi, die es gibt! Ist so! Oh nein! Jerry will, ich möchte die Tür öffnen! Jerry, hör auf damit! Bitte nicht! Jerry! 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 Jerry, nein! Jerry, stopp! Jerry, bleibst du hier! Jerry, stopp! Jerry! Oh nein! Oh nein! Jerry, pass bloß auf! Jerry, sei bloß vorsichtig! Der Schlüssel muss aber da drin sein! Und wir brauchen den Schlüssel, um hier rauszukommen! Jerry? Jerry, du bist einfach ein Rowdy! Jerry! Jerry! Oh mein Gott! Jerry! Oh mein Gott! Jerry! Oh mein Gott! Was ist denn da passiert? Ich weiß nicht! Sollen wir versuchen, sie wieder aufzumachen, die Tür? Ja, okay, komm, komm, komm! Komm, lass einmal jetzt mal rein! Oma! Oma! Wo soll sie sein? Hä? Der Raum ist leer! Hier ist der Schlüssel! Ich hab ihn! Ja? Aber er bringt gar nichts! Hier geht's weiter! Was? Hä? Ne, in die Badewanne auch nicht! Wollen wir unter die Dusche? Hier? In die Toilette? Wie kann ich das denn? Äh... Ich will hier doch nur raus! Hilfe! Ich bin auf jeden Fall noch nicht vorgestellt bei Oma! Ah! Ich bin auch ganz und ganz! Oh, ich dachte gerade, ich hole gerade... Okay, wir sollten den Schlüssel holen! Ja! Okay, und jetzt? Den brauchen wir für die schwarze Box wahrscheinlich! Ich glaube, den brauchen wir echt für die schwarze Box! Okay, das heißt... Okay! Den Schlüssel, den nehmen wir jetzt mal ganz kurz, ganz entspannt! Also mit dem Schlüssel sollten wir es eventuell rausschaffen, oder? Also das ist ja vielleicht der Weg nach draußen! So, Schlüssel hab ich Kaspar, sehr gut! Okay, sehr gut! Und? Ab nach unten lauf! Ab nach unten! Schnell die schwarze Box aufmachen! Ich bin echt gespannt, was da drin ist! Noch ein Schlüssel! Noch ein Schlüssel! Das ist der für die Haustür! Oder nee, das ist der für den Keller, glaube ich! Meinst du, es gibt einen Keller? Ja, ja, guck doch hier! Ach so, stimmt! So eine Kellertür! Stimmt! Mach auf hier, mach auf hier direkt! Ja, ich nehm schon, ich nehm schon! Okay, und rein da! Ab in den Keller! Lauf! Oh, das sieht aber ziemlich gruselig aus! Oh nein! Oh mein Gott! Wollen wir das wirklich machen, Boxo? Es sieht echt gruselig aus! Es führt keinen anderen Weg daran vorbei! Wollen wir es echt machen? Oh! Okay, komm! Okay, jetzt geht's auf jeden Fall zurück! Guck mal auf dieses komische, diese komischen Spinnweben hier! Da ist Jerry! Wo? Er ist gefangen! Jerry! Er ist geknebelt! Jerry! Äh... Okay, warte mal! Jerry, sollen wir dir helfen, oder was? Jerry, wir können dir helfen! Bist du okay? Äh... Jerry? Jerry? Irgendwas stimmt mit ihm nicht! Ich weiß auch nicht! Geh weg von ihm! Er meint, er kann sich an nichts mehr erinnern, sagt er! Okay, es ging so schnell! Okay! Also, anscheinend hat Grandma, also Oma, immer das verschlossen die Tür und er meinte, hä, wir haben die Tür überhaupt geöffnet! Wir haben gesagt, in der schwarzen Box! Guck mal hier! Können wir was aufmachen! Ein grünes Schloss! Dafür brauchen wir wahrscheinlich einen Schlüssel! Ich suche auch gerade schon Schlüssel, aber ich finde gerade keinen! Ah, okay! Nee, Jerry, Oma haben wir grad nicht mehr gesehen! Oma haben wir nicht mehr gesehen! Nee, nee, die ist irgendwo anders unterwegs! Hm... Aber wie... Meinst du, der schießt jetzt vielleicht oben? Oh, nee, ne? Ich weiß nicht! Ich... Das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen! Äh, von irgendeiner Schublade oder so! Aber ich... Ja, das kann auch sein! Ich weiß nicht mal, ob das überhaupt noch eine gute Idee ist, jetzt hier unten zu bleiben! Und auch dieser gruselige Igelkeller! Ja... Hm... Kaspar, bleiben wir oder gehen wir? Ich bin mir jetzt ziemlich unsicher, Broxy! Ich würde fast sagen, wir wollen hier so schnell raus, wie es geht oder nicht? Eigentlich schon, oder? Oder was meinst du? Ich... Weil wenn wir bleiben... Aha... Freunde, was meint ihr? Schreibt's gerne mal in die Kommentare! Ja, bleiben oder gehen! Also Jerry sagt, es ist nicht so eine gute Idee zu gehen! Echt nicht? Nee... Aber das hat doch diese Tür, ne? Komm, lass gehen, lass gehen, lass gehen! Okay, wir gehen, wir gehen! Das war okay, ist die falsche Entscheidung! Jerry, jetzt komm, wir müssen gehen! Geht doch nicht anders! Wir müssen gehen, wir müssen gehen! Weiß halt echt nicht, was Oma nach alles machen kann! Die könnte komplett durchdrehen und dich verhauen, Jerry! Die könnte die Haut den Mors voll! Ja... Okay, na gut, dann... Hä? Hä? Wir sollen nach oben gehen? Und Oma überraschen? Was? Ähm, okay, wie kann ich denn das verstehen? Ich glaube, wir haben das Falsche... Jerry? Bist du okay? Äh, ich kann... Hä? Er kann sich nicht mehr kontrollieren? Was? Okay, lass uns einfach nur raus hier, jaja... Er kann nicht mehr kontrollieren, was er sagt, vielleicht ist er auch verstrahlt oder so... Ich glaube, irgendwas ist mit Jerry verkehrt... Okay, warte mal, wir müssen jetzt auf jeden Fall den Schlüssel finden... Äh... Okay, wo ist der? Wo ist der Schlüssel? Da, ich hab ihn, ich hab ihn hinter! Du hast ihn? Okay, sehr gut, sehr gut! Okay, sehr schön! Dann nimm ihn und steck ihn hier ins Schloss! Schnell die Tür aufmachen, bitte! Lass uns einfach schnell raus hier! Mach auf, viel Spaß! Mann, es geht nicht! Es geht nicht! Wie, es geht nicht! Jetzt! Jetzt, okay, und? Oh mein Gott, was ist denn bitte schon hier bei Oma? Wird doch ein Jump and Run hier, oder was? Was ist denn bei Omas Haus los? Oh mein Gott, auch die Sägen auch und so! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oma, Alter, was ist denn bei dir verkehrt? Oma, oh mein Gott! Warum sollte jemand überhaupt sowas bauen in seinem eigenen Haus? Hat die das vielleicht mit Absicht gemacht? Ist Oma vielleicht gar nicht mehr so gut im Kopf, wie wir eigentlich dachten? Ja, vielleicht halluzinieren wir auch einfach irgendwie! Oh nein! Omi! Was? Nein, da ist Oma! Ihr denkt, ihr könnt abhauen! Oh nein! Jerry, wie kannst du mir das antun? Ich dachte, du bist besser als die anderen beiden! Okay, gut! Viel Glück beim Überqueren! Alles klar, Oma! Du wünschst uns zwei kein Glück hier! Du willst, dass wir in die Lava fallen, oder was? Okay, okay! Reichst du's zusammen, Castor! Wir schaffen das, okay? Das ist kein Problem! Weißt du echt? Einfach nur mit uns ein bisschen Zeit lassen! Okay, okay, okay! Ich habe ein gutes Gefühl! Ich habe ein gutes Gefühl! Ich auch! Okay! Let's go! Let's go! Oh! Jerry sprintet voll durch! Aua! Ich bin in die Säge gefahren! Oh mein Gott, du darfst nicht drauf stehen bleiben! Oh! Oh! Bist du echt in die Säge? Ja, ich bin halb tot schon! Ich darf nichts mehr berühren! Oh! Oh! Oh mein Gott! 30 Sekunden! Ja! Ich habe es geschafft! Nein! Nein! Kaspar! Oh mein Gott! Ja! Ich hab's! Oh Gott! Das war so knapp! War das knapp! Das war ziemlich schwer! Oh mein Gott! Aber ihr könnt hier anstatt rausklettern! Juhu! Und raus hier! Ja! Hilfe! 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 Oma ist verrückt geworden! Hilfe! 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 Ja, Baby, wir haben es geschafft. Okay, jetzt brauchen wir nur noch kurz ein Taxi zu holen, dann können wir wieder nach Hause fahren. Was? Taxi! Jerry fühlt sich ein bisschen krank, was? Oh nein, Jerry wird sich ja locker in die Oma verwandeln. Was ist los, Jerry? Oh nein, er fühlt sich schwächer, sagt er. Okay, aber was ist, wenn Oma irgendwie dir auch was angetan hat? Oder wenn du irgendein Virus mitgenommen hast vom Haus? Vielleicht ist doch einfach so, je weiter er von Omas Haus weg ist, dass du schwächer wirst. Ah, das kann es auch sein, stimmt. Oh oh. Okay, seine Beine fühlen sich schwach an. Jerry dann vielleicht. Wir sollen ohne ihn gehen, sagt er. Wir sollen ohne ihn gehen? Och Mann, Jerry, ich will dich nicht zurücklassen. Oma, die ist nicht mehr ganz bei Kirre. Die ist echt nicht mehr ganz gut. Jerry, jetzt komm einfach, okay? Jerry, jetzt müssen wir nur noch. Wir müssen durch das Labyrinth durch, Kaspar. Durch welches, wo ist das Labyrinth? Geh vor uns. So, okay, komm. Jerry, komm schon. Guck mal, Jerry, der läuft schon ganz langsam. Der läuft schon ganz langsam. Ist so, Jerry humpelt auch. Okay, komm, ich würde sagen, wir finden. Rechts lang. Oh nein. Oh Gott. Ich kann mir gut vorstellen, dass Omi hier gleich irgendwo ist. Wo bist du überhaupt lang? Ich glaube, durch die Mitte hier. Geh doch nicht. Geh nicht da lang. Komm, ich bleibe bei dir. Wir müssen zusammenlaufen. Oh Gott. Hier rechts lang. Glaubst du? Ich habe ein gutes Gefühl. Hier ist ein Riesenbaum. Hier ist ein Riesenbaum. Ja. Das ist hier richtig. Ich habe ein gutes Gefühl hier. Oh, ich bin auch hier ganz gut. Sackgasse. Ich komme auch ganz gut durch gerade. Nein. Oh, ich laufe die ganze Zeit weiter. Ich laufe die ganze Zeit weiter. Ich auch. Boxo, wo bist du? Hä? Hier ist auch ein Baum. Oh, hier geht es voll lang weit. Boxo? Äh. Rechts oder links? Boxo? Man kann ja sogar außen lang laufen. Sackgasse. Hä? Hä? Wo muss ich denn hier lang? Hä? Hier ist Jerry. Hier ist Jerry. Verdammt. Hier ist Sackgasse. Wo bist du, Kaspar? Auf der ganz anderen Seite gegenüber. Also nach ganz rechts immer orientieren. Oh, nö. Hier ist nochmal ein Baum. Ich glaube, es ist richtig. Ja. Ja, ich habe es raus geschafft. Hast du es? Nein. Ich bin raus. Ja, ich habe es geschafft. Oh mein Gott. Ich kann nicht glauben, dass du es geschafft hast. Aber ich selber habe es noch nicht geschafft. Und Jerry ist auch hier bei mir. Hä? Wie, der ist bei dir? Ich höre hier was. Oh, Masi. Wir können Oma lachen. Oh, Oma verfolgt mich. Wo bist du? Nein. Oh mein Gott. Ihr habt eventuell das Labyrinth geschafft. Aber ihr denkt, dass ihr von mir entkommen könnt. Nein. Nein, süßer Jerry. Du wirst mir sowas doch in diesem Leben nicht nochmal antun, oder? Ah, nee. Es wird immer besser, wie du redest. Lass ihn einfach los, Oma. Bitte. Lass ihn einfach los. Gar nichts lasse ich los. Wenn er einfach gehen möchte, dann lass ihn doch einfach gehen. Was hält dich davon ab? Niemals. Oh mein Gott. Ihr Rüppel. Okay, äh. Ihr müsst mich jetzt mal finden. Ich bin hier noch mitten im Labyrinth. Wie komme ich hier raus? Kaspar, wo bist du? Ich sehe da hinten so einen Lautsprecher. Bist du das? Ja, ich muss Jerry finden. Jerry. Rockshow. Jerry. Rockshow. Jerry. Rockshow. Hä? Hä? Taxi. Taxi. Schnell. Alle rein, alle rein, alle rein. Schnell. Ich muss wieder zurücklaufen. Lass unser Taxi jetzt. Wir haben es geschafft. Hä? Hä? Ich war doch gerade noch im Labyrinth, aber irgendwie das Geistertaxi hat uns abgeholt. Hä? Wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Ja, sehr gut. Jawollo. Wie wir das gute Ende sogar bekommen. Ja, sehr schön. Ey, Kaspar. Was geht ab, mein Lieber? Was geht ab? Oh mein Gott. Heute wird es echt mega früh. Wir gehen nämlich ins Kino. Oh, was? Wie cool. Ich war lange nicht mehr im Kino. Ja, ich auch nicht. Das war richtig toll heute. Und wir können jetzt, guck mal hier, wir können in den Bus reingehen. Oh Gott. Ey, die Coolen sitzen hinten. Ja. Let's go. Wow. Oh mein Gott. Guck dir mal das Kino an, Alter. Das sieht so cool aus. Und guck mal, das ist hier anscheinend noch zu. Ey, das hat noch zu, Mensch. Ja, ey. Mallo, mach mal das Kino auf das hier. Hallo, mach auf hier. Guck mal, hier sind auch so Filme. Guck mal, hier kann man den Film auch anklicken. Share Blocks, Homes. Oh, guck mal. Oh, was? Hä? The Forest? Irgendwie so ein Film oder was? Lass mal The Forest gucken, oder? Lass mal The Forest, hab ich auch mal gemacht. Genau. Okay, mal gucken, wo geht das jetzt hin? Okay, er sagt jetzt hier auf jeden Fall, dass wir den Film jetzt gucken können. Oh, sehr gut. Mein Gott, guck mal. Wir sind hier ganz... Ich will Popcorn. Ey, was nimmst du am besten in den Kilo? Ich finde eigentlich Popcorn und Nachos am besten. Du hast doch schon eine XXL-Cola, so wie ich die ich kenne. Äh, gar nicht. Das ist doch lecker. Ich mag... Ja, Nachos mit so Käsesaußen sind auch lecker. Aber ich mag auch so... Magst du eher süßes oder salziges Popcorn? Ja, eher salziges. Was? Ja. Kann ich nicht glauben. Natürlich. Das Tüche ist zehnmal so lecker. Aber das Ding ist, eine XXL-Cola muss einfach mit... Nee, muss ich mitnehmen, weil... Ich muss ja immer unbedingt dann auf Toilette gehen, wenn es gerade am spannendsten ist. Ach, Mann, naja, das kennt man ja auch nicht anders. Oh, guck mal. So, jetzt muss man sich entscheiden. Ich nehme Nachos mit Käse. Ja, ich nehme Popcorn. Komm, nehme ich mal mit dir. Hoffentlich das süß auch. Team Nachos. Team Popcorn. Nachos. Popcorn. Guck mal, hier, was ist denn das hier? Was ist denn? Oh, mein Gott. Geht da nicht so nah ran. Wieso? Pass auf da. Drück mal. Oh, mein Gott. Pass auf, da gibt es ein Gewicht oder so. Wirst du, wir haben einfach einen Stromschlag gerade bekommen. Irgendwie kaputt hier. Die ganzen Filme hier und sowas. Okay, komm, wir können jetzt, glaube ich, runtergehen und den Film gucken oder so. Ey, das ist halt... Oh, Alter, wie groß ist denn das schon hier das Kino? Mega groß. Und welchen Sachen müssen wir denn eigentlich? Sogar mit Dingens. Wie nennt man die Soßen nochmal hier? Mit Käsesoße? Nee, die andere. Tottini. Ach, Salsa, Salsa. Salsa, Salsa, Salsa. Lecker, auch lecker. Ich bin so gespannt auf den Film, der jetzt hier gleich losgeht. Also, bevor ich stelle die schon da einen coolen Namen an und so. Aber hier sind noch ein paar andere. Monopoly und sowas. Schau mal, hier, was denn hier? Hier ist doch so ein Raum, so ein Lagerraum. Geld! Lol, ich habe hier einfach 20 Dollar aufgesammelt gerade. Wie jetzt? Oh, hier liegt ein Salat. Und noch mehr Geld. Hä? Hä? Was ist das denn? Was war das gerade? Gute Frage. Warte mal, ich nehme mir hier kurz noch das Geld mit, so. Okay. Hast du auch gerade gesehen eben? Ja, was war das gerade? Die Frage, ich weiß es nicht genau. Hier, das sammle ich ein. Hä? Da war... Wollen wir da hingehen oder so? Okay, komm, lass mal gucken. Das kam hier irgendwie hinten aus der Ecke. Was ist da? Hä? Hä? Was ist das? So Blutschwuren? Hä? Was passiert hier? Oh mein Gott. Alter. Die geht zum Film, glaube ich. Das ist... Das ist ein richtig krasses Erlebnis. Ist das ein 5D-Kino oder was? Was ist das? Was ist das denn jetzt? Hä? Alles klar. Der Film fängt jetzt an, Freunde. Ich mache die Türen für euch auf. Der sieht aber gar nicht... Der sieht böse aus, muss ich sagen. Der sieht echt ein bisschen böse aus. Und der ist genau die Farben mit diesen ganzen Farben, die wir eben hatten. Ja. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Okay, okay. Da sollen wir anscheinend reingehen in den Kinosaal. Ich bin jetzt auch mal gespannt. Okay. Ich würde sagen, wir gehen rein, Kasper. Let's go! Ey, wo willst du hier sitzen? Ganz hinten oder vorne? Nee, ich muss... Das Ding ist, ich muss sagen, man hat immer dieses schwierige Entscheiden beim... Ich sag hier vorne, hier in der Mitte, so ist der beste Platz hier vorne. Ich glaube, hier so ist ganz gut, weil so habe ich keinen direkt vor mir sitzen. Ey! Ja! Ey, ich sag mal, du bist ja in Begleitung. Ja, ja, ja. Guck mal. Ey, nein! Warte, ich komme, ich gehe hin. Ich bin, ich bin auch mit keine Begleitung. Ja, gut, okay. Ja, haha, yeah! Martin! Yay! Jetzt musst du stehen, leider. Jetzt sind sie hier drüben. Wo sitzt du denn? Ganz alleine. Ich bin jetzt hier ganz vorne allein. Egal, hier ist eh der beste Platz. Du hast ja gar keine Ahnung. Du bist ja extrem alleine. Gar nicht. Es geht los, glaube ich. Oder kommt jetzt erstmal die Werbung? Leise, leise, leise. Okay. Oh Gott, drei, zwei, eins und... Dreckt in den Film. Oh mein Gott, keine nervige Werbung. Ey, wie cool ist das denn? Was ist denn jetzt los? Ähm. Was ist hier mit dem Film los? Was passiert hier gerade? Moxu, siehst du das, was ich sehe? Ich sehe es. Es ist irgendwie... Es ist kaputt. Es ist wie eine Gehirnwäsche. Was kommt da raus? Was ist das denn total? Was ist das? Nein, das Monster. Oh, Kasper. Oh Gott, oh Gott. Wie, 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 wie? Hauen wir jetzt hier ab beim Besten? Oh mein Gott, lauf! Lauf da oben. Raus, 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 raus. Schnell raus, schnell raus, raus. Nein. Nein. Oh Gott. Da ist es. Der kann hier nicht rein, oder? Ich jagt da jemanden. Oh mein Gott, es jagt jemanden. Kann der hier rein? Oh mein Gott, es keht schon welche. Lauf rein, lauf rein. Ey, der ist, glaube ich, zu groß, oder? Ja, ich glaube, der kommt hier nicht rein, weil der mit dieser Tentakelarme... Oh Gott, schnell rein hier, schnell rein hier. Mach die Tür auf. Ja, und die hier zu. Mach sie auf. Oh Gott, wo ist er? Der ist schon weg, oder? Doch, da hängt er fest. Der hängt fest. Pass auf. Da ist er frei. Der läuft, der läuft, der läuft, der läuft. Oh Gott, okay, wir müssen jetzt warten, kurz, bis jemand die Tür aufmacht. Oh. Oh, oh. Oh Gott, oh Gott. Oh Gott, oh Gott. Oh Gott, oh Gott, rein jetzt hier. Oh mein Gott, was ist gerade passiert? Leben wir? Sind wir im Himmel? Alles, ich glaube, alles gut. Ich glaube, das haben wir... Hä? Ey, was war das? Was war das gerade, Kasper? Ich weiß auch nicht, das Monster ist, glaube ich, aber weg. Aber jetzt können wir uns wenigstens woanders hinsetzen. Das ist ja unnormal gerade, was passiert ist. Irgendwie so ein gruseliges Monster, was uns auffuttern möchte hier. Hä? Was ist denn jetzt da jetzt? Hä? Wer ist das denn? So ein Mitarbeiter? Ach, der ist vom Technik-Support. Ah. Der soll das reparieren. Hallo? Hast du das Monster gesehen, oder was? Ich habe auf jeden Fall eine neue Kassette, die ich reinlegen kann für euch. Okay, der will jetzt hier anscheinend einen neuen Film reinmachen oder so. Alien Weihnachtsmann ist auch schon ganz ängstlich. Ja, ich weiß, der Grinch. Der Klack ist ja Alien Grinch. Ja. Okay, wird jetzt hier der neue Film reingemacht? Oh Gott. Oh mein Gott, was ist denn ein Film? Was ist das für ein Film? Kasper, was passiert hier? Ich weiß es doch auch nicht. Erdbeben. Oh mein Gott, fucking alles. Oh mein Gott. Erdbeben. Nein. Das ist ein Portal. Nicht schon wieder. Ich weiß es größer. Ich glaube, wir können da reingehen, jetzt so groß ist das. Meinst du? Ich würde nicht in so ein Portal reingehen, dann werden wir reingezogen in den Film. Hilfe! Oh mein Gott. Nein. Guck mal hier raus. Wir sind im Film. Was? Wir sind echt im Film. Wir sind im Befalls, also der Wald. Oh mein Gott, das glaube ich nicht. Ey, pass auf, da liegen Bärenfallen und so. Aber, hey, die brennen. Oh mein Gott, die ist draufgegangen. Das glaube ich nicht. Oh mein Gott. Kasper, weißt du, was das bedeutet? Oh mein Gott, ja. Weißt du, was das bedeutet? Was heißt das? Wenn man jetzt im Film hier drauf geht, dann stirbst du in echt. Nein. Ja. Oh mein Gott, das kann nicht sein. Was ist das denn? Oh nein. Das war's da. Nein, nicht schon wieder. Oh mein Gott, Mist. Oh nein. Ist es weg jetzt? Hä? Hä? Oh mein Gott. Wir müssen hier irgendwie... Wir wollen die Wahl, okay? Ja, vielleicht kommen wir hier irgendwo raus. Hä? Da hinten leuchtet was. Ich sehe, was rot leuchten. Siehst du das auch? So eine rote Fackel oder sowas, ne? Ah, es ist eine Fackel nur. Ja, okay. Was leuchtet? Hier ist so Blutschruhe. Oh mein Gott, da ist richtig viel Blut. Oh mein Gott, ich gehe aber ganz kurz... Aber wir sollen dem Weg folgen. Pass auf, dich, dass da irgendeine Falle ist. Okay, nee, alles gut. Sieht gut aus, sieht gut aus. Komm, wir folgen den Weg weiter. Ja. Oh Gott. Pass auf, die Bärenfallen auf. Oh Gott, oh Gott. Okay. Oh, guck mal, wo wir jetzt sind. Oh nein. Oh mein Gott. Wir müssen nur die Brücke rüber, das ist voll windig. Alter, wie windig. Okay, warte mal, ich probiere es mal, okay? Oder? Geht das schon? Nee, noch nicht. Oh. Ich will hier nicht runterspringen. 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 Oh. Oh. Okay. Oh. Wir müssen irgendwie probieren, da rüber zu kommen, Kaspar. Aber es ist so windig. Jetzt einfach? Ja, lauf. Spring nicht hoch. Hä? Oh Gott. Hä, was ist jetzt los? Nein. Das Handy von ihm ist runtergefallen. Ey, nein. Da kannst du es nicht so machen, Alter. Was passiert? Was ist das? Hä? Was ist das, Maxo? Was passiert hier? Die Brücke, pass auf. Sie wackelt. Es gibt, ich glaube, die geht jetzt gar nicht runter. Schnell, lauf, rüber, Kauffer, lauf. Oh, rüber, rüber, rüber. Wow. Wow, wo bist du, Maxo? Ich wurde runtergeschubst. Oh mein Gott, du bist vom Wind einmal weggeweht worden, sag mal. Kein Problem, ich habe mehrere Leben. Okay, okay, dann ist ja alles gut. Alter, ich wurde richtig weggefeuert. Alter. Ich habe nichts gemacht. Ich habe es gesehen, war voll krass. Einfach so aus dem Nix. Alter. Oh mein Gott. Da fehlt jemand. Lord, da ist irgendwie, glaube ich, jemand runtergefallen oder so, noch neben dir. Ehrlich? Scheint. Und guck mal, hier hinten, was ist das denn? Da war ich so auserwählt und bin zurück. Das kann auch sein. Guck mal, die leuchtende Kackborste oder was ist das hier? Was ist das denn, Alter? Das ist ein Ast. Jetzt sehe ich das überhaupt nicht. Ja, hörst du das? Hä? Ein Wasserfall. Ich wollte gerade sagen, das hört sich an wie ein Bach oder sowas. Boah. Wow. Guck mal, wie krass der aussieht. Das sieht echt voll heftig aus. Denkst du, dem Wasserfall verbirgt sich irgendwas? Ja, ich glaube ja, oder? Wollen wir hier mal runtergehen? Mal gucken. Aber das Ding ist, wir müssen jetzt irgendwie hier rüber, ne? Wir können hier ins Wasser springen gleich oder sowas. Nee. Eine Brücke. Wir können eine Brücke bauen, oder? Stimmt, mit diesen leuchtenden Kackbürsten können wir es auch probieren. Ah, ich hab ja. Ja. Und? Ja. Na komm schon, nimm doch. Oh mein Gott, da schwebt ein Auge. Guck mal hier. Oh, schwebt ein Auge. Stimmt, oh mein Gott, wie gruselig. Pass auf, die Bären fallen auf, ne? Hier sind doch gar keine. Wir haben zwei von zwölf schon eingesammelt. Hier sind doch irgendwie Häuser und so. Irgendwo. Sollen wir zum Auge gehen? Geh mal, und was ist da? Was sagt der dir? Guck, das guckt einen nur an. Was guckt der nur an? Guck mal, ich hab einen Stock. Ich kann mit einem Stock schlagen. Oh mein Gott, stimmt. Okay, wir haben fünf von zwölf jetzt schon gefunden. Wir müssen noch mehr finden. Ja, ich geh grad schon auf die andere Seite. Ah, ich seh's grad, ja. Oh ja, hier liegen alle fünf. Alter. Was ist denn doch hier alles? Hier liegen voll viele. Hier sind ja noch mehr. Ich glaub's gar nicht. Hier liegt ein Skelett. Was für ein Skelett. Und was ist das hier? Hier liegen viel zu viele, oder? Hier liegt ein Mann. Da noch. Ein Ring, da liegt ein Ring oder sowas. Ja. Hier, und der letzte. Oh Gott, und ja. Oh mein Gott, wir haben alle. Oh mein Gott, wir haben echt alle bekommen. Das war ein gruseliges Skelett, ne? Okay, komm, hier die Brücke. Glauben wir die bauen denn da drüben irgendwo am besten, ne? Ja, würde glaub ich schon Sinn machen. Dann kann ich ihn hier auch. Bevor das Monster wiederkommt. Okay, okay, aber wo jetzt am besten? Da! Okay, komm. Da die Bretter hin. Komm, und los. Und. Hier schön ran. Zack. Und ran sitzen, okay. Nächstes Brett. Und zack. Oh Gott. Und zack. Sehr gut. Nach und nach bauen wir hier das alles zusammen. Komm. Oh nein. Der war zu voreilig. Oh mein Gott, die auch. Was ist denn mit denen? Was machen die denn? Ist hinter uns irgendwas, oder was? Ich weiß nicht, glaub nicht, oder? Gehst du mir nur noch zu dritt, oder was? Ja. Oh Gott, okay, komm. Brett für Brett. Komm, das letzte Brett darfst du machen. Okay, sehr gut. Und. Ja. Oh mein Gott, oh Gott. Oh mein Gott, wir sind nur noch zu dritt jetzt. Alter, zwei einfach noch draufgegangen eben gerade. Ich glaub's ja nicht. Ey, der ist dann auch da, der Goku. Ja. Hallöchen. Komm, vielleicht können wir auch einfach hier vorne in der Hütte ein bisschen uns verstecken. In der Hütte? Ja, mal gucken, ob wir... Meinst du, da finden wir einen Schlafplatz oder so für heute Nacht? Ja. Das Ding ist... Ich bin mal nicht sicher, ob wir reingehen sollten, Kasper. Weiß es auch nicht genau. Das Ding ist, wir müssen aber halt noch irgendwie aus diesem Film entkommen. Das ist halt nur ein Film, ne? Das hast du nicht vergessen. Komm rein hier. Das fühlt sich mal nicht... Hey! Ich bin gestorben, du auch? Ich auch. Ich glaub, wir sollten ja besser nicht reingehen, Kasper. Ich glaub auch nicht. Der andere, den hat's auf jeden Fall komplett erwischt. Goku. Ja, der Arme. Der hat sich leider nicht freikaufen können. Wir sollten vielleicht versuchen, die Hütte kaputt zu machen oder so. Das wär doch ne Idee. Ähm... Aber denkst du, unser Stock reicht dafür? Ja, ich glaub nicht. Wir müssen... Lass mal ein bisschen rumgucken. Vielleicht finden wir irgendwas, wie wir die Hütte kaputt machen können. Du hattest doch auch hier so ein Skelett gesehen oder sowas. Ja, aber glaubst du, dass wir... Mh... Hier? Nützen, um die Hütte kaputt zu... Ist hier vielleicht irgendwas drin jetzt versteckt? Das kann sein, oder? Mal gucken. Nee, leider nicht. Immer noch nicht, aber... Oh Gott. Ey, ich wurde entführt. Ich bin nur ein Monster, Kaspar. Nein, guckst du, wo bist du? Jetzt kann er doch nicht alleine machen. Hilfe. Nein. Ey, er zieht mich. Er zieht mich. Oh Gott. Oh mein Gott. Wo bist du? Du musst dich versuchen zu bezeihen. Kannst du dich loslösen irgendwie? Ich schlag mir beim Stock schon um mich rum, wie ich nur kann. Nein. Okay, ich muss dich jetzt finden. Hilfe. Ich seh dich. Ja, hier. Ich seh dich. Hier. Ich greif das Monster jetzt an. Greif ihn an. Lass mal los. Du blödes Vieh. Haui. Wow. Wow. Nein. Er hat sich deportiert. Wo bist du jetzt? Ich bin irgendwo am Rand. Aber auf welcher Seite bist du? Finde mich. Hier ist ein weißer grüner Hügel. Links neben mir ist ein großer Hügel. Großer Hügel. Ein grüner großer Hügel. Auf der Seite vielleicht? Siehst du die Höhle irgendwo? Da, geradeaus. Ich seh dich. Ich seh dich. Ich seh dich. Hilfe. Okay, ich komm. Ich komm. Er hat mich in den Boden gestopft. Und du lässt es jetzt los, verdammt noch mal, du blödes Monster. Mann, ey. So, jetzt bin ich vor der Hütte. Ich bin vor der Hütte, Kasper. Ich seh dich. Ich seh dich. Brauchst du die Rettung, Naht? Kasper, Hilfe. Ich bin noch tiefer im Boden versunken. Und ja. Jetzt kommt schon. Und zack. Und zack. Ja, ja. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Hilfe. Ich bringe da nicht hin. Wo bringe da? Nein. Nein, der ist aufgehakt. Ich hole dich runter. Ich muss die runterziehen. Schnell. Ich muss irgendwas. Das Blut läuft mir in den Kopf. Ich bin schon ganz schwimmerig. Ich muss irgendwas finden, was dich abschneidet. Aber was? Hier irgendwo der Höhle jetzt vielleicht? Nee. Immer noch nicht. Schnell, Kasper, 30 Sekunden. Nein. Das ist so groß. Alles, woher sollte ich denn jetzt was finden? Was ganz kleines? Schnell. Die Bärenfalle. Das Bärenfalle geht nicht. Hilfe. Ich weiß, es kann auch nur versteckt sein irgendwo. 15 Sekunden, Kasper. Nein, das schaffe ich nicht mehr. Das ist vielleicht die Fackel oder sowas. Ich habe alles probiert hier. Das liegt hier bestimmt irgendwo rum. Da hinten, ich sehe es. Nein, ich schaffe es nicht mehr. Nein. Oh, Junge. Oh, Kasper. Wow. Was geht ab, Rosso? Wir sind heute bei Amanda. Oha. Bei Amanda zu Hause. Guck dir mal ihr cooles Haus an, wie cool das aussieht. Ja, ja. Check mal alles ein bisschen abwärts. Wir haben noch so 10 Sekunden, um alles hier abzuchecken. Oh, lass mich mal in Ruhe hier. Ich muss hier mal. Oh, guck mal, was ich da reingehe. Oh Gott, ist ja eklig. Nee, will ich gar nicht angucken. Komm rein hier ins Klo. Ich muss so ein Ei wahrscheinlich, ne? Nein, nein, nein. Guck mal, was da drin liegt. Das ist Amanda. Ja, das ist eine riesige Kack. Oha, das ist die. Ich guck mal jetzt. Ich guck mal, wo ist die. Du veräppelst mich doch. Ich würde da nicht mehr reingehen. Spiel doch ab, du ekliger. Nee, 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 nee. Ist ja eklig. Nee, 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 nee. Aber das Ding ist, heute ist anscheinend richtig, richtig heftig mit Amanda. Was ist denn mit dir los? Wer ist denn auf Amanda? Amanda ist so ein Mädchen, was anscheinend ganz, ganz verrückte Story hat. Ah, cool. Also, guck mal, jetzt hier ist anscheinend der Garten jetzt hier. Ah, der Spielplatz oder was? Fußballspielen? Ja, komm, mach. Oh. Wir schießen ein Tor. Oh mein Gott, Messi, Messi, Messi. Ich mache vor. Ja. Reingehauen. Sehr gut. Wenn die auch hier schön in eine Hundehütte, Barbecue. Ja, da gehörst du rein. Wieso geh doch da an dein Haus? Und du gehst auf den Grill. Wie so ein Hotdog. Ich hätte Bock, auf jetzt was zu grillen. Ich hätte auch gerade richtig Bock, auf was zu grillen. Muss ich auch gerade sagen. Ja, ihr hättet Hunger. Ich hättet Hunger. Okay, aber lass reingehen. Guck mal, die Mutter von Amanda schreicht schon. Kinder, komm rein. Die schreit. Okay, warte, wir kommen, wir kommen, wir kommen. Du hast recht. Oh, ich habe auch mega Hunger schon. Gute Idee. Das ist sowieso ganz gut. Ja, ja, hast recht. Okay, ich bin auf jeden Fall im Start. Oh, jetzt sind wir hier. Alter, Pizza. Oh, jetzt sagen wir mal was zu essen. Pizza, ich habe so einen Hunger gerade. Pizza, wo? Da vorne, da vorne. Hier, lecker. Und dann nach da. In der Küche. Oh, ja, hast du auch gerade so Hunger, Kasper. Ich esse den ganzen Käse ab. Hey, ich kann doch gar nichts essen. Oh, jetzt aber. Und? Oh mein Gott, lecker. Pizza, Pizza. Nom, 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 nom. Ey, ich habe direkt aufgegessen. Du auch? Ich habe auch aufgegessen. Ich will auch ein Stück haben. Geht leider nicht, ne? Pizza ist so lecker, ey. Ich glaube, ich kaufe mal eine Taschenlampe, weil es gerade so dunkel wird. Ich habe auch eine. Ich habe auch schon eine. Siehst du mein Licht hier? Ja, ich sehe es gerade so. Ich bin dunkel. Ich würde sagen, wollen wir mal ins Bett gehen schon mal? Ich habe hier so einen vollgefutterten Magen jetzt. Ja, lassen wir ins Bett gehen. So, lassen wir nach oben gehen. So. Ja, ich gehe hier, wo ich das Klo eingeweiht habe. Da gehe ich jetzt auch. Alter, ist hier Sleepover-Party oder was? Hier sind voll viele. Sag mal, das ist mein Bett. Haut ab hier. Ja, oder wir gucken Fernsehen. Wir dürfen, glaube ich, Fernsehen gucken. Ja, gut, dann lass Fernsehen aber auch nur eine halbe Stunde, dann muss ich echt pennen gehen. Genau, dann können wir auch ins Bett gehen. Das ist alles okay. Ich gehe hier hin und das ist mir jetzt schon mal richtig gut hin jetzt hier. Ja, lassen wir hier echt den besten Platz safen. So, zack, hier. Sehr gut. Ach, jetzt weiß er gar nicht mehr, wo er den Film hingepackt hat. Das müssen wir gerade kurz in den Film fressen. Ja, gute Frage, sag mal. Wollen wir kurz gucken, wo der ist oder was? Also hier ist der nicht auf jeden Fall. Der ist auch voll dunkel, ne? Oh, der wurde schon gefunden gerade. Ach, was? So schnell? Der wurde richtig schnell gefunden gerade. Warte, guck mal, da, Amanda wird Venturer. Ist das wie Dora, die Explorer oder so? Ich glaube schon. Okay, dann machen wir hier das Tape rein in den Fernseher, Kollege. Aber rein da, komm. Alle rein jetzt hier, rein jetzt. Los, die Kassette. Und? Da. Oh mein Gott. Mit so einem Schaf. Geht rein da? Was glaubst du, ist das für eine Sendung? Hm, jetzt glaube ich nicht. Oh! Oh nein, ey, was? Hey, ich bin Amanda. Was? Okay, das soll Amanda sein. Wer ist jetzt da vorne, Amanda? Rechts oder links? Ich glaube links. Ach, wow, okay, okay. Wir müssen das Gemüse für Oma finden, sagt sie. Sagt Wuli, ne? Wolli. Okay. Was? Schlecht. Okay, und Amanda sagt auch, ja, lass mal das Gemüse finden. Kann man ja mal essen. Okay, ja, kein Problem. Können die mir vielleicht helfen? Ja, klar können wir dir helfen. Das soll anscheinend im Supermarkt hinter ihr sein, ne? Oh, was? Okay, kein Problem. Dann lass uns mal reingehen. Pass auf die Autos auf. Ja, ja, bloß mal ausgetroffen werden. Sonst war es das mit dir hier rüber. Wow, 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 wow. Ey. Was machst du? Ey. Bist du verrückt, oder was? Ich hab zweimal grad getroffen. Was ist denn mit dir los? Ja, aber man wird nicht direkt, also ich wurde nur angefahren, nicht umgefahren. Von daher geht das ja noch klar. Ich bin auf jeden Fall jetzt am Start. Was ist denn los? Ja, das Auto hat kurz gehangen. Mann, das hätte ich jetzt auch gesagt als Ausrede, ne? Ja, ja. Ich schau mir jetzt mal ein bisschen das Gemüse. Muss ich mir hier ein Medikit kaufen oder sowas? Welches Gemüse für Oma? Okay, welches? Was willst du denn mal essen? Hier vorne, hier. So, ich hab mir, ich hab mein Medikit jetzt geholt. Stimmt, da ist die Karotte. Ich nehm die Karotte mit. Ey, ich kann's gar nicht mehr einsammeln hier. Ich will das, ach, wir müssen es zur Kasse bringen. Ja, du musst die, ne, du musst die doch finden. Da sind noch mehr. Ah, ja, okay, okay. Dann bringen sie immer nach vorne. So, das haben wir schon mal 2 von 8. Ich soll das hier doch zur Kasse bringen. Ja, genau, du musst halt noch mehr finden. Ich hab die Karotte schon mitgenommen. Ja, 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 ist schon alles weg. 7 von 8. Also, wir haben alle, wir haben alle gefunden. Wir haben alle eingesammelt. Das geht ja mal mega schnell hier, ne? Das ging echt voll gut, ne? Ja, sehr schön. Ja, lass sie doch mal zu Oma geben. Dann let's go wieder zurück. Okay, lass nochmal hier die zweite. Hey, das war gerade mal Folge 1. Ich weiß, das war gerade mal Folge 1. Lass mal die zweite Folge gucken. Ja, aber okay, die muss hier wieder irgendwo rumliegen, die Kassette. Dann lass mal gucken. Ich weiß gar nicht, wieso sie so rumliegen war. Ich guck mal grad hier in dem Raum. Hier vielleicht in der Garage. In der Küche vielleicht hier. Hier, ich hab sie. Oh mein Gott, ja. Wo ist sie denn? Ich hab sie gefunden. Wo denn? Hä, ich kann aber jetzt gar nicht draufklicken. Jetzt hab ich sie. So, zack. Ich hab sie und reinstecken. Die war neben der Küche. Oh mein Gott. Alter, wir sind wieder im Film drin. Ey, Leute, ich bin Amanda und könnt ihr bitte mir helfen, mir die Fleischerei zu finden? Oh, wir sollen anscheinend Fleisch für Oma finden, ne? Ah, aha. Okay, pass aber hier wieder auf die Autos auf, ne? Die kommen ja angebrettert. Ja, da musst du echt aufpassen. Oh mein Gott. Wow, das war knapp. Ja, manchmal hängen die Autos so, ne? Hier rüber. Ja, ja, ja. Jetzt nehme ich hier den nächsten. So, zack. Au, hey, hey. Oh Gott, oh Gott. Oh, oh. Oh mein Gott. Okay, ich hab's aber geschafft, ich bin drüben. Das klappt gerade. Ich bin jetzt hier bei, hier, die Fleischerei. Ah, da sollen wir rein gehen, oder was? Super, los geht's. Oh, guck mal. Guck mal. Das ist der Ding, ist so Butcher einfach. Mr. Butcher. Der einfach der Fleischer, ne? Ja. Okay, was wollen wir, was wollen wir, ne Pizza? Das Pizza nehmen, oder? Ja, wir wollen... Fleisch, 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 Fleisch. Für Oma, für Oma. Für Oma, für Oma. Genau, ganz viel Fleisch, okay? Das ist ja richtig, wir müssen das Ziel vor Augen eignen. Genau, das nehmen wir, Fleisch. Bis jetzt noch alles nochmal. Wir wollen Fleisch. Wer hat denn da die Karotte genommen, sag mal, der ist ja, der ist ja ganz woanders. Wieso hat jemand gerade eine Karotte genommen? Ja, er hat die Karotte ausgewählt. Okay, dann, welches von den drei ist denn am besten, ist jetzt die Frage? Hm, das ist ein Entrecot, was haben wir hier noch, ein Filet? Oh, sieht lecker aus, ne? Lecker, lecker. Boah, auf Porterhouse hätte ich Bock, ne? Okay, dann lass das nehmen, so, zack. Und dann können wir das jetzt hier schön zur Oma bringen. Ab geht's, danke für das Fleisch, ab zur Oma. Kinder, es ist Bettzeit. Oh nein, na toll, schnell, schnell, schnell. Lass uns die dritte Episode befinden. Hey, guck mal, ich hab die nämlich, ich hab, ist das die schon direkt? Ist das die? Ich hab die jetzt auf der Tasche, weil ich die vorhin gefunden habe, aber es ist doch nicht die dritte. Nein, das ist die zweite. Die dritte ist locker in der Garage, da war ich eben, um zu gucken. Ja, hier in der Küche liegt die auch. In der Garage ist die nicht, denn sie ist locker oben. Hä? Die ist locker oben. Ich guck mal oben gerade. Ich würde auch sagen, safe oben, oder? Ah, sie wurde gefunden schon. Ach, hier im Badezimmer, irgendwer hat sie sich anscheinend im Badezimmer angeguckt. Ah, dann rein mit der Kassette und Abflug. Sehr gut, okay, rein damit, let's go. Ja, let's go. Oh, wo geht's jetzt hin? Und... Hallo. Hä? Was war der Mänder los? Was? Willkommen zur dritten Episode. Oh mein Gott, was? Was ist denn mit ihr jetzt los? Und guck mal, meine Taschenlampe. Ich seh die gar nicht. Achso, du siehst die gar nicht? Okay. Oh mein Gott. Woolli sagt, lauf! Was? Oh mein Gott. Ey Mänder ist verrückt geworden. Was? Komm her. Was willst du sie sehen? Komm her. Nein. Lauf, 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 lauf. 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 Guck mal, Mänder ist böse. Sie ist umgefallen. Sie ist umgefallen. Oh mein Gott. Schnell, lauf weg. Lauf weg. Lauf weg. Aber wohin, 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 wohin. Oh nein, sie ist aufgestanden. Oh mein Gott, sie hat auch die ganzen Rutschen hier umgekippt. Wo sollen wir denn hinlaufen? Ich weiß, ich weiß. Du hast ja ein Tor, ein Tor oder sowas. Nein. Oh Gott, komm einfach am besten. Verstecken, verstecken, verstecken. Ich gehe oben. Eckstein, Eckstein, alles muss versteckt sein. So. Guck mal, ich bin hier oben. Ich bin im Busch drin. Komm rein hier, komm rein. Ich bin auf ein Tor. Nein, ich bin hier auf ein Tor oben drauf. Da oben bist du gar nicht sicher. Da oben bist du nicht sicher. Guck mal, der Grill ist jetzt voll verrostet und so. Hä, du bist da oben nicht sicher? Natürlich, guck doch. Ich schieße mit den Leuten in den Augen, dass sie nicht durch den Busch gucken. Ich schieße jetzt erstmal ein Tor. Die Tür kann sich da nicht durchgucken. Die ist blind. Oh mein Gott, ey. Die wird jetzt wahrscheinlich da irgendwen holen. Oh mein Gott, guck mal, die verfolgt die echt da hinten. Wo ist sie hin? Wo ist sie hin? Ehrlich, hä? Wo ist sie? Ich weiß nicht, wo sie ist. Die ist einfach weg. Komm schon her. Komm schon her. Wer ist das hier? Wooli, ist das hier? Jake? Wo ist Wooli? Was ist der vom Eingang? Wooli? Daher sagt, wir sollen hier reingehen. Ey, vertraust du Wooli? Ich vertraue Wooli. Wooli ist ein nettes Schaf. Er hat uns ja die ganze Zeit gewarnt vorher schon. Guck mal, guck mal, guck mal. Wo sind wir denn jetzt? Ist das echt so? Wo sind wir jetzt gerade? Alter, ist das tief hier. Herrlich? Stell dir vor, du fällst da runter. Oh, was? Oh mein Gott. Ich glaube, hier ist der Ausgang, oder? Hier unten lang? Das ist halt übertrieben tief. Was ist denn da los? Da unten, aber da unten muss irgendwas sein. Wir müssen uns, glaube ich, durchbaudeln oder sowas. Dass wir in die Kandidation kommen. Ja, das kann sein. Aber was genau soll da unten sein? Ja, dass wir halt entkommen, ne? Aus diesem blöden Film. Da muss der Ausgang sein. Aus Episode 3. Wir sind ja noch im Film. Da, siehst du das? Dieses Bohrdingens. Ich sehe auch die Baseballschläger. Kann ich die mitnehmen? Nee, geht nicht. Aber wir müssen hier Safe-Colum durchbauen. Dann müssen wir uns doch, warte mal, in den Kartons vielleicht? Was versteckt hier hinter das? Nee, okay. Ist auf jeden Fall schon mal, ich denke mal die Baseballschläger, können wir mitnehmen? Ja. Ja, 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 safe, safe. Hä? Okay, der fühlt sich nicht so sicher hier, der Typ, ne? Aber wir müssen hier ein Baseballschläger mitnehmen. Ah, okay. Wir sollen die, okay, jetzt können wir die, glaube ich, nehmen, oder? Ja, ich habe jetzt eingenommen. Jetzt habe ich ja einen. Sehr gut. Wow. Sollen wir uns da durch? Und durchgraben damit, oder was? Okay, dann komm durch, komm durch jetzt. Komm durch. Okay. Hallo? Die Höhle zieht doch immer echt. Ist das hier der Weg nach draußen? Nein, wir müssen uns entscheiden. Zwischen zwei Wegen, ja? Oh nein, oh nein, oh nein. Ich nehme den rechten, oder? Vielleicht nimmst du den linken? Ich nehme auch den rechten, glaube ich. Ich nehme den rechten. Ich sage dir, der ist es, der ist es. Der links ist locker irgendwie Lava oder sowas. Ja, irgendein Weg ist eine Falle. Oder bin ich ja mal ganz gespannt. Ich hoffe, wir sind hier. Okay, komm. Den rechten, nehmen den rechten. Wow, er war richtig, er war aber richtig, glaube ich. Der linke war falsch. Die sind alle gerade draufgegangen, links genommen haben. Stimmt, du hast recht, Leute. Oh mein Gott, okay, komm. Gut, dass wir den genommen haben, ne? Ja, safe, safe. Das kann aber vielleicht auch der falsche Bild sein. Wir wissen es ja noch nicht, ne? Wir wissen es doch nicht. Aber jetzt kommt hier eine Obby. Okay, also so ein Parkour. Dann dürfen wir anscheinend nicht in die Lava fallen, ne? Ja, nicht, dass du wieder leicht drauf gehst, ne? Ja, ich bin schlecht in sowas. Ja, das ist richtig schlecht. Ich bin schlecht bei sowas, gebe ich selber zu. Richtig schlecht. Ich sehe gar nichts. Nicht richtig schlecht. Ich bin halt nicht so gut. Guck mal, ich springe hier rüber. Nee, bist aber schlecht. Digga, nimm das mal sofort zurück. Erster, erster hier. Hier rüber, so, zack, und letzter, bam, das war's. Okay, Jake, jetzt müssen wir sogar weitergehen. Let's go. Schnell, schnell, oh nein, was? Wer ist das denn? Hier ist einfach Amanda. Oh mein Gott, laufen schnell. Oh mein Gott, sie möchte gerne, dass wir hier für immer bleiben, sagt sie. Oh nein, das möchte ich aber nicht. Bitte lass uns nach Hause, Amanda. Lass uns nach Hause. Ist so, ist so. Okay, warte mal, warte mal. Du siehst ja diese Ketten, ne? Die steht da ja auf so einer Plattform drauf. Vielleicht können wir die Ketten losschlagen. Ja, wenn wir die kaputt machen, dann wird die Plattform nicht mehr halten und dann wird sie in die Lava reinfallen. Du hast recht, wir sind auch voll viele. Lass mal alle aufteilen, lass mal alle aufteilen. Ist so, alle aufteilen jetzt hier. Oh Gott, was macht sie jetzt? Sie greift an, oder? Oh nein, sie will angreifen, glaube ich. Nehmt das. Wow, ich bin runtergefallen in die Lava. Was? Lord, ich bin ausgesehen ausgerutscht auf einer Bananenschale. Ey, wie schlecht bist du. Ja, das war echt nicht so gut. Aber ich bin wieder am Start. Okay, okay, die Lava steigt, die Lava steigt. Lauf schnell, lauf schnell, lauf schnell, lauf schnell, oh mein Gott. Oh mein Gott, das war das so knapp, da muss man auch die Teile gehen, die hoch sind. Jetzt rauf! Was macht die da? Alter! Die Kanzel kaputt schlagen, die Dinger los, hau drauf! Kann man schon raufhauen? Ja, ja, geht schon. Also mal Blitze, selber Blitze. Okay, ich hau rauf. Oh mein Gott, pass auf, pass auf, pass auf, pass auf. Blitze, Blitze, Blitze. Ich hau auf jeden Fall dagegen. 175, 160, Alter, ich wollte das Ding so kaputt haben. Oh mein Gott, achto, 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 die Dinger fallen. Stimmt, man kann die ganze Zeit, aua. Und mir auch 150. Komm schon, jetzt hier schon. Oh mein Gott. Ich hab's, ich hab's. Ich hab die ganze Zeit dagegen. Ey, ich bin so gut gerade, die greift mich grad gar nicht mehr an. 100, 95, 90. Ja, ich hab richtig krass dagegen. 70, Alter, gleich ist die erste Kette kaputt. Oh mein Gott, Alter, ich hab auch richtig viel Schaden hat gemacht, ne? So, komm schon. Oh nein. 30. So, ja wohl. 30. 20. Und bam. Kette kaputt, let's go. Eine Kette ist weg, sehr gut. Ab zur nächsten Kette, wir müssen zur nächsten Kette. Ab zur nächsten, ab zur nächsten, ja. Hier vorne ist auch eine. Okay. Oh mein Gott. Es gibt nur noch, oh mein Gott, letzte Kette, du bist an der letzten Kette schon. Oh mein Gott, nee, nee. Was, wie schnell. Achto, die Lava. Die Lava steigt. Lava. Oh nein. Komm hoch, Kaspar. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Alter, das war grad so knapp, ne? Oh nein. Das war grad so knapp. Ja. Das war echt richtig, richtig knapp. Ja, gegen die Kette. Alle drauf bauen. Oh nein. Du hast recht. Achtung, Achtung, schnell hoch. Oh, wow, 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 wow. Alter. Die ist ja fast drauf gegangen, ne? Und jetzt aber schnell. Jetzt komm schon. Zack, zack. Oh nein. Die Bombe. Oh, Alter. Die killt echt. Bomben, Bomben. Lauf. Ey, die ist gleich K.O. Die ist gleich K.O. Lauf. Nein, die hat die ganze Zeit jetzt Bomben rauf. Oh. Oh. Das ist gleich direkt weg, wenn das Rote kommt. Jetzt aber. Nein. Die Blitz ist. Oh mein Gott, weg. Jetzt haben wir es. Jetzt. Jetzt haben wir es. Jetzt haben wir es. Jetzt haben wir es. Die letzten drei Leben. Ja. Die Kette ist weg. Oh mein Gott. Und die fällt. In die Lobe. Oh mein Gott. Es tut mir leid. Ja, wir haben sie geholt. Die blöde Männer. Endlich. Oh nein, Wooly. Wooly? Wir haben es geschafft, Leute. Da seid ihr ja. Ich habe gedacht, ich habe euch verloren. Ja, kein Problem. Hast du nicht. Alles gut. Wir haben die Männer getötet. Komm schon. Ich kann den Weg hier raus, sagt er. Oh Gott. Okay. Was meinst du, Brock? So vertrauen wir ihm? Also er hat uns die ganze Zeit schon gewarnt. Also ich sage ja. Er war korrekt. Er war korrekt. Er war schon korrekt. Ich meine, wie sollen wir sonst hier rauskommen, ist halt die Frage. Ja, ja. Safe, 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 safe. Ich sage auch ja. Ich habe auch ja gemacht. Okay. Gute Wahl. Gute Auswahl. Okay. Oh, denkst du aber, Wooly war die ganze Zeit auch an einer Seite und so, ne? Ja, gute Frage, ne? Okay, lass raus hier, bevor Amanda uns findet. Wieso Amanda? Amanda ist doch groß, oder? Oh nein, ich glaube, wir haben... Oh nein. Ich glaube, wir haben die falsche Entscheidung getroffen, oder? Oh nein. Nein. Ich glaube, das ist gar... Oh mein Gott, was ist das denn da? Hilfe! Oh nein! Hilfe! Ist das der Weg da draußen? Ich glaube, das ist der Weg da draußen, oder? Oh, er zieht uns in die Lava! Nein! Ich wurde reingesaugt. Ich wurde reingesaugt ins Portal. Wir sind zu Hause! Was? Es war die richtige Entscheidung! Oh mein Gott! Als ob wir jetzt eigentlich... Oh mein Gott, können wir jetzt echt ins Bett gehen? Ja, Mensch! Denkst du, wir haben es richtig geschafft? Wir haben es geschafft! Let's go! Nein, das war's! Das war's! Oh mein Gott, sehr gut, wir haben das gute Ende bekommen! Sehr schön! Juuuuh! Juuuuh! Ey, hallo, 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 hallo! Kinder, wo seid ihr? Nein! Okay, pass auf, wir müssen sich... Alter, was macht ihr hier? Oh, Alter, was bist du denn? Oh, hey! Was macht ihr mit mir? Ich bin doch eine gruselige, nette Nanny! Warte, ich hab hier so eine Schlüsselkarte, oder so... Ich hab' ich... Oh, ich kann schreien! Ich mach' dich kalt! Okay, pass auf, warte mal! Ey, ich sag's, ich werde jetzt so holen, Kasper, nicht über so eine Schlüsselkarte. Aha, aha, ihr wollt hier also entkommen, aber ihr habt vergessen... Was ist das denn? Oh Gott! Jetzt hab' ich den hier! Hier ist die Flasche, komm mal her, mein Kleiner! Oh nein, oh nein! Wo bist du? Okay, ich hab' jetzt so ein paar Sachen... Ja, ich kann ja schreien, das ist so eine Attacke, oder sowas. Ah, okay. Oh, ich glaub' jetzt sind wir ganz entspannt lang. Sag' mal, seid ihr schon dabei zu entkommen, oder was? Wo seid denn hier? Biss denn schon? Oh, was ist das denn? Ach, man kann schon entkommen? Was? Ja! Das glaub' ich nicht! Nein! Kasper, ich geh jetzt schon entkommen! Nein, was? Ihr seid jetzt schon rausgenommen? Hier, guck mal, siehst du mich hier? Guck mal, drinnen, warum? Wo bist du denn? Bist du hier hinten, oder was? Hier! Ah! Nein! 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 Ja! Oh, wie sind wir denn jetzt hier gelandet? In der Schule! Und hier gehört ihr gar nicht hin, dafür seid ihr viel zu jung! So seid ihr! Ich dachte, wir sind hier entkommen, oder sowas, aber das ist ja gar nicht in der Schule. Nein, 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 ihr seid nur ein Level weitergekommen! Nein! Ich seh euch hier doch schon irgendwo! Hehehehe! Wo seid ihr Kinder, hä? Oh, oh, pass auf! Ich kann hier aber ganz, ganz gute Sachen machen! Ich mach den hier! Okay! Mal kurz gucken, mal ein bisschen aufpassen! Ich seh doch hier die Kinder gleich schon irgendwo! Nee, du wirst uns hier niemals finden! Hallo! Hallo! Oh mein Gott, ich kann sogar krabbeln! Okay! Nee, du bist hier nirgendswo! Hier seid ihr doch! Wo? Kommt her, meine Kinder! Ich fliege euch! Oh nein, okay, pass auf, pass auf! Wir müssen jetzt hier irgendwie ganz schnell weglaufen, Leute! Die betäuben mich hier die ganze Zeit, ey! Ja, wir können dich so richtig doll anschreien! Dich hab ich jetzt! Dich hab ich jetzt! Dich hab ich jetzt! Bleib stehen! Du kleine Bengel! Okay, was ist jetzt hier? Nimm die Flasche! Nimm die Flasche! Hier! Für dich! Ey, du trickst mich ja voll aus! Du bist voll schnell! Oh! Da vorne bist du! Nein! Komm sofort her! Nein, lauf! Komm sofort her! Lauf! Oh mein Gott! Nimm die Babyflasche! Niemals! Niemals! Hä? Was mit dem denn? Ja! Oh, der hat dich angeschrien oder sowas grad, ne? Ja! Der ist tot! Ja! Ja! Und den nächsten, den hab ich ja auch! So! Und was ist mit dir hier? Hier, komm her! Hier gibt's die Babyflasche für dich! Hier gibt's die Babyflasche für dich! Okay! Los! Hey, lass mich! Ich brauch den Hauptschlüssel hier! Wie krieg ich denn jetzt hier den Hauptschlüssel? Wo bin ich denn? Ich krieg ich schon noch! Ich krieg ich schon noch! Das Ding ist jetzt locker irgendwer grad den Hauptschlüssel oder sowas, aber... Ja! Nächsten tot! Da vorne! Wer läuft denn da, hä? Was denn hier? Ruby! Hier ist ein neuer... Oh mein Gott, ein Schlüssel! Wo bist du, Broxo? Wo bist du? Den nehm ich doch mal ganz kurz mit! Mal gucken, was am Ende ist noch hier! Die war hier doch eben gerade noch! So, laufen wir mal ganz kurz hier durch! Hm? Hier irgendwo? Oh, hallo Kinder! Oh! Komm mal her hier! Ich hab dich grad gesehen! Wo bist du? Ist hier irgendwo der Hauptschlüssel? Wo läufst du hier doch bestimmt irgendwo rum, hä? Nein, niemals! Was mach ich nicht? Da! Was seh ich da? Ruby! Ruby, 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 Ruby! Wo bist du? Komm mal her hier! Und jetzt rein hier! Ich hoffe das ist der Hauptschlüssel, den ich grad habe! Aber ich bin mir grad nicht so sicher! Ruby! Ruby, du wirst jetzt sofort stehen bleiben! Nein! Oh mein Gott! In fünf Sekunden werden die alle geschlossen! Ah! Ja! Und die nächste habe ich! Das hast du mit dir! Ich glaub du bist der letzte, Broxo! Nein! Ich glaube du bist der letzte! Eckstein, Eckstein, alles muss versteckt sein! Wo bist du? Jetzt sag mir wo du bist! Sag ich nicht! Wo ist denn dieser blöde Schlüssel? Das ist gelogen! Ich hör das in deiner Stimme, dass das gelogen ist! Du hast den schon! Ja! Das ist der falsche irgendwie! Okay! Aber ich meine... Ja! Okay! Okay! Was ist hier? Hier bist du auch nicht! Ja, ja! Okay! Warte mal! Die werden alle... Oh! Okay! Was passiert in 10 Sekunden? Da werden die Wände in irgendwie die Lüftungsschächte geschlossen? Achso! Dann könnt ihr nicht mehr da durchlaufen durch die Kleinen! Ah! Kann man echt nicht mehr! Oh mein Gott! Jetzt könnt ihr das nicht mehr! Nein! Wo bist du jetzt? Nein! Ich hör dich nach hinten, Broxo! Nein! Nein! Okay! Was soll ich denn mit dem doofen Schlüssel machen, den ich hier gerade habe? Du musst halt den Hauptschlüssel finden! Ich sag mal so! Ja, aber das ist total schwer! Aha! Hier ist eine Batterie! Okay! Oh Gott! Ich muss mal schnell weiter gucken! Ich hör dich halt die ganze Zeit! Das ist das Problem! Hier war ich auch schon hier war nichts! Hä? Oh mein Gott! Ich kann hier reingehen! Als ob! Wo kannst du reingehen? Aber hier ist glaube ich nichts! Hier ist auch nichts! Mal gucken! Vielleicht ist hier hinten noch irgendwas! Äh! Ne auch nicht! Es ist nur dunkel! Hier ist ja komplett dunkel! Ich habe schon einige auf dem Gewissen! Ich wollte es nur sagen! Mich würdest du nicht finden! Aber ich hatte auch nicht einen Kommen! Ich rieche Babyfleisch hier irgendwo! Niemals! Hab ich dich da grad gesehen? Hab ich dich hier grad gesehen? Ah! Nein! Nein! Hier ist die Flasche! Ja komm Babybroxo! Babybroxo! Ah! Nein! Oh Mann! Ja! 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 Da wird dir ja noch ein Haussling! Ich werde dich nicht besiegen! Das sage ich dir! Auf gar keinen Fall! Ey! Jetzt bist du ja gar keine Nanny, Caspar! Ich glaube ich habe schlecht geträumt oder so! Ich glaube auch! Ich glaube das war alles nur ein Traum von dir! Okay! Warte mal! Wir brauchen einen roten Schlüssel! Wir sind hier im Haus irgendwo! Ähm! Ich guck auch! Hier! Ich habe den roten Schlüssel! Ja komm! Mach auf! Mach auf! Die Tür da vorne! Pass auf! Die Tür! Nein! Schrei! Schrei! Oh Gott! Die ist hier verwirrt gerade! Ich mach schon die Tür auf! Ey der hat auch die Tür aufgemacht! Hä? Was ist denn jetzt hier? Nein! Die hat mich! Als ob! Mann! Nein! Ich bin tot! Hä? Manno! Kann ich die nicht irgendwie holen? Und warte wir brauchen... Nein! Das war's! Oh mein Gott! Die ist halt echt voll gut ne? Das ist auch voll der kleine Raum nur! Ja! Das ist doch voll schwer! Ihr habt gar keine Chance! Da! Eine Flash Drive! Jetzt lass dich nicht treffen von der! Hä? Pass auf! Ah! Ich schreie sie an! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Was machst du? Ja ich weiß! Ich mach das schneller rein jetzt! Okay! Und jetzt? 1! 1! 1! 1! 1! 2! 1! 1! die weiß dass ich hier bin jetzt überlebende ich glaube ja ich glaube ja die falle gestellt siehst du das spielzeug ich muss es spielen hast recht hast recht die wartet dass sie die ganze in sektor b kasper in sektor b die stelle ist denn die nanny auch die ist ja mal mega schnell sie kommen zu mir kasper sie ist bei mir ich habe uranium kasper sich bei mir lauf um mein gott hier ist ein lüftungsschacht oh mein gott ich hab sie ausgetrickst ich habe uranium wo muss das reden hier ausgetrickst das war sehr gut uranium musste gerade bei mir hin glaube ich ich lange in welchen sektor bist du jetzt gelaufen ich sehe dich gar nicht ich bin auch sektor ich habe auch uranium ja das ist ich weiß aber nicht was man damit macht sie kommt nein okay pass auf wir mussten das gerade irgendwo hinlegen schrei sie an genau das trommel fällt platz von hier gerade sie dreht sich nicht um und wird noch mal angeschrieben hier ist ein mülleimer und ich glaube ich weiß wo wir hin müssen oh gott sie läuft weg von mir nämlich glaube ich sie ist verdammt hier ist uranium was alter auf einmal kam die so close bei mir ich dachte gerade das wäre ein spieler oder so oder ich würde nanny wir müssen uranium irgendwie fertig machen sonst können wir so ein ding nicht öffnen oh nein ich versuche mich auch auszutrickst bruxo oh nein okay war ich bin hier gefangen jetzt gerade ich bin hier brauchen wir noch eine schlüsselkarte eine rote wenn du eine rote siehst ich bin jetzt sektor c oh mein gott die hat mich hier eingesperrt ich glaube es nicht ich bin vom spielzeug gefangen ich bin vom spiel gefangen nein okay okay sie läuft nicht weg sie läuft nicht weg und sie solltet da sie ist auch nicht bei mir bei mir ist sie die stellt ihr auch die versucht mich zu kriegen ehrlich ja die gammelt hier die hat mich gekriegt ok warte ich werde dich rächen kasper ok ich guck dir zu warte mal ich komme jetzt zu dir wie lange hat die da gegangen mit die ganze zeit voll aussie ok kom oha wo bin ich jetzt was muss das uranium irgendwo hinbringen die braue blaue schlüsselkarte brauche ich hier ein feuer da muss ich sag dir die hat die hat wirklich eine halbe stunde ist bei mir immer vom einen eingang zum anderen gelaufen das ding ist korrekt ich war noch nicht hier sagt was das für ein ding sektor oder sowas da war es doch die ganze da war ich da genau da bin ich gestorben hier bist du gestorben da ist nichts aber wo muss ich denn sonst mit uranium hin ist dir klar wenn du da wenn die sekt wenn die jetzt gleich zusätzliche funkschächte ist das eine sackgasse ja dann war ist das mit dir ich weiß ich habe jetzt alle sektoren abgecheckt hier kann ich nirgendwo uranium packen ja alles gut du hast noch genug zeit also irgendwo kannst du es hinpacken da ja da warst du da schon da ganz hinten sektor d war ich noch nicht ja das ist ja auch interessant ach verdammt das war das okay hier war da muss ich glaube ich hinten durchlaufen oh nein oh gott rote keycard die findest du jetzt da ist doch was blaues oder muss man da nicht heilen hier uranium da ist doch so ein zombie da musst du bestimmt was hinstellen habe ich doch eben schon probiert das ging nicht nach so ihr frisst uranium das uranium oh mein gott die sind ja bei dir und ja noch eins noch eins da ist die blocke alles gut rechts von dir du kannst schreien zur not ja stimmt hier warum habe ich das eben nicht gesehen mann die ganze zeit schon wartet die da irgendwo pass auf die ist gut da ist sie trotzdem willkommen wird gebackt oder so was ist gesehen du hast sie doch angeschrien die audiert sie war so verbuggt oder sowas das hat es von dem video gewesen sein ich habe euch jetzt gefallen dass gerne ein like und abo da wenn es so ist stellt auf jeden Fall gerne die beiden videos aus freunde und haut da rein bis zum nächsten mal ciao